Hallöchen Freunde und Herzlich Willkommen zurück zu Lack Let's Play Conker's Bad Fur Day Lackt's denn jetzt so, ne? Okay, ich guck mal kurz So, hoffentlich ist es jetzt besser Ich hab schon nur meinen Browser zugemacht, aber Immerhin, ja, letztes Mal wollten wir hier Ähm, uns um die hübsche Lady der drüben kümmern Da ja der Biederrichter Auf die steht und, ja, traut sich halt nicht so, wie sich anzusprechen Weshalb helfen wir dem jetzt ein bisschen Und was ich noch nicht ganz verstanden habe, wieso Brauchen wir nichts leiden, um zu blieben da Mach mal, da war Ah, wir können jetzt einfach mal Und die kommen nicht rein, ich tue es Das hab ich doch schon mal probiert Okay Dann geh ich jetzt mal Oh, anders denn, um die Kackbeeren zu tun Oh, wo hinkam? So Durch Leben hab ich eigentlich Okay, ich hab alles Was? Nur 200 Kohle? Ich dachte, wir hatten mehr Na ja So, das ist unser trauriges Opfer Bin ich da jetzt rein? Nee, eigentlich ja nicht Ich bin hier zu der lustigen Kiste Damit die mich mitnimmt Und Hey So Ach nein, fuck, jetzt wäre sie da ja gewesen Ach man, oh 6 Teil Komm ich da auch so hoch? Nee, nicht Ich glaub ja nicht Nee Komm ich nicht richtig nicht so hoch Ich weiß nicht mal, ob ich da überhaupt hoch muss Aber ich wüsste eigentlich, wo ich dann sind muss Oh, komm, hüpf deine Rumpel Und ich bleib hier bitte stehen Nein Dankeschön Sehr aufmerksam Von dir Lol Was geht mit denen ab? Aber ich glaub, wir sind hier Nein Ich bleib nicht raus Ich wollte da eigentlich nur Mich umgucken, ob hinter mir noch irgendwas ist Das kommt auf der riesige Buschel rum Der ja irgendwie böse scheint Oh Gott, ich hoffe, ich flieg da jetzt nicht Runter Ah Das passt doch hier irgendwie Wo kann ich jetzt auch noch an den B-Button Zurück Ah Das ist ein B-Button Hey, hey, was ist das? Lol, komm her Haha Egal He Fuck Ich bin mein Bries Buschel Leute, guck doch, das ist mein Boot, ne? Alter, ich bin gleich da Lass mich hier raus So Oh Gott, jetzt muss ich wieder da rüber Boah, komm, bleib noch ein bisschen stehen Danke Ja, ich bin jetzt hier Hey Komm mal mit Die brauchen auch schon da Hallo Die hässlichen Biene Warte, wenn die Biene hier sind Ach, nö, hä, wieso? Bin ich irgendwie geschnallen oder so? Nee Ich bin, ich bin ja Das ist ein Biene da hin Äh, ein Sonnenblum Kannst du mich hier helfen? Da ist ein Mann da, da sagt er, dass er etwas mit Stigmas will. Ich möchte dich pollinieren. Das ist ein bisschen verrückt, aber... Geh weg. Oh, das große Teile von deinem ist viel zu tickly. Nein, du wirst nicht verstehen. Geh das große, lange, hairlige Teile von mir. Ich werde dich aufhören. Hm. Du bist so. Okay, okay. In dem Fall müssten wir noch mal mit der sprechen. Vielleicht habe ich einfach nicht gespeichert. Jetzt kommt die Abo mit, weil ich nicht stehe. Ich renne mich wieder zu den ... äh ... zu den Fliedermäusen. Ich habe noch eine Rechner mit denen offen. Ja, die Kiste hüpft gerade an ihren Platz. Ich sprich schon mal hoch. Ich muss zu hüpfen. So. Ja, los, rein da. Okay, wir haben nur 6 Minuten. Neeeey ... Scheiße. Er lebt die wieder. Komm, komm. Hey. Gibt's das? Jetzt kommt der Lappen wieder her. Und mich töten. Aber nicht mit mir mein Freund. Ich haue lieber ab. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hä? Okay. Ähm. Hä? Muss ich jetzt schon wieder mit der sprechen? Darf ich gar nicht da rein? So wie sie schiert. Okay, ich spreche kurz nochmal mit der. So, also die hat jetzt ihre Biene wieder. Neeeex! Ja, ist gut. Alter! Ach, ich muss bestimmt aufs Dach. Da schillen bestimmt noch weitere Biene. Darauf könnte ich wetten. 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 Darauf könnte ich wetten. Boah, die Musik, die animiert dann immer so zu mitsingt. Voll unheimlich. Also nicht die Musik. Also doch eigentlich schon. Aber... Ah! Ich mein halt. Jetzt nicht runterfallen. Ah! Hallo! So. Was? Welche? Nicht runterfallen. Drei. Drei. Jetzt darf ich da wieder hoch. Und ich glaube ich da unten warme ich nicht mehr. Egal, ich bin trotzdem noch kurz zu hoch gefreicht, die... ...der Sonnenblume bringt. Ich rede jetzt. Um... Du mitschst zu hoch! Ja, doch! Ja... Ja... Ich rücke jetzt mal an. Ich rücke jetzt mal an. Ich rücke jetzt mal an. Ja, ne. So, tut mir leid für die Unterbrechung. Einen Moment. So, jetzt aber. Irgendwie hat gerade mein Controller rumgeschwappt. Na toll. Irgendwas ist jetzt anders. Irgendwas hat sich bestellt. Na Gott, einen Moment. So, schon besser. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich springen muss. Und wo nicht. So, ich würde sagen, ich konnte. Ich würde sagen, wir bringen jetzt erstmal die Bienchen zur hübschen Sonnenblume. Und dann, ah, da sind nochmal Bienchen. Die nehmen wir doch gleich mit. Hallo. Hallo, Frau Sonnenblume. Ich bringe Ihnen Bienchen. Sieht so aus, als ob da noch welche fehlen. Ich brauche wohl nochmal welche. Woher kriege ich die? Ich habe doch schon überall gesucht. Aber machen wir's leichter zu üben. Mach das zu üben. Äh, oder. Ich liebe diese Musik. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Und... Mal wieder eine Unterbrechung. So, kurz auf beschäftigt gestellt. So, dann gleich wieder Schokolade snacken, damit wir wieder full life sind. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Aua. Ja, ich weiß, dass Money Over hier ist. Hey du. Weißt du, wo noch deine Bienenfreunde sind? Nee, auch nicht. Ja. Da haben wir ja was gemeinsam. Aua. Ich muss doch hier bei der... Bei den zwei, ähm, Küsten hier. Auf dem Dach muss noch irgendwas sein. Ich weiß jetzt nicht, wo noch welche sein sollen. Das heißt, wieder aufs Dach. Ach. So, Alter. Wie hieß. Ich komm da, ich tu hoch hoch hoch. Ich komm da, ich tu hoch hoch. Ich komm da, ich tu hoch hoch. Okay, tu ich doch. So. Jetzt gucken wir mal in Konker Sicht. Ob hier noch irgendwas... ...sein könnte. Da ist dieses Geld. Da oben an ihn. Nur wie zur Hölle komm ich da hin? Ich komm da niemals hoch. Hä? Hä? Wie soll ich da hochkommen? Wie soll ich da hochkommen? Hä? Habe ich es geschafft? Nein, Konker! Nein, Konker! Mann, Konker, du Idiot. Jetzt komm ich nicht mehr hoch. Okay, doch. Nein! Nicht runter! Spring! Komm! 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 Jetzt stell dich mich so an! Gut! Wie komm ich hier die Leiter hoch? Möchtest du dich mal irgendwie hier festhalten? Ah, jetzt! Jetzt hat er sich doch gerade festgehalten, oder? Oh, ich sollte mal mein Wecker wieder anmachen. Ich dussel! Yeah, Mann! Endlich die Leiter hoch! Wow! Die Musik ist vorbei! Mann, ich komm hier nicht runter zum B-Button! Ich kann nicht tauchen! Keine Wunder mit den Schwimmflügeln! Ich darf hier ja nicht runterfallen! Guck! Wie hier schon wieder die Musik kommt! Schön, wieder hier rüberschwimmen! Guck! 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 Was tust du auch? Hä? Hallo? Hä? Hallo? Spiel! Ah, ja okay jetzt! Okay, ich hab noch... Oh! Nein! Ach! Och, nö! Ich lade jetzt mal in Safe-State! Das kann's ja nicht sein! Okay, Leute, ihr wisst aber... Oh, ey... Wie soll ich hier rüberschenken? W- Woosh... Ich mach's noch auf! Okay, ich darf schon. Ehm... Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder! Ich stelele dann das Zeugchen nach! ιο oder? Und... dann sehen wir uns wie gesagt im nächsten Part wieder! Ciao! Bis zum nächsten Mal.